Oh, 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 jetzt wird's hart Ich hab's nicht tot Ja, versuch mal nicht zu stehen Ich steh... Hast du nicht noch schnell irgendwas zu vergessen, so? Nein, ich bin tot Wiederbeleben Oh, scheiße, echt jetzt? Diese... Platte da, die wir... Wo wir drüber gelaufen sind Das ist... Friedhof Ja, dachte mir, gut Und jetzt finde ich dich nicht Das ist echt krass, oder? Du musst einfach in die Stadt wieder rein Einfach in die Stadt rein Ah, der blaue Pfeil Ich weiß schon Der blaue Pfeil Durchlaufen zum... Zum... Ja, ist natürlich blöd Jetzt kommen nämlich die ganzen scheiß Piraten wieder Und hier ist niemand, der mir hilft Ja, wieso wird mich denn gestorben? Weil die... Zehn sind und wir sind... Fünf, sechs... Ja, jetzt bin ich auch tot Na dann... Wofür hat das denn? Da war das nicht... Oh ja... Hier sind auch Piraten... Seid mir gegrüßt... Die üblichen Sorgen... Selbst wenn sie keine Zauber... Einer meiner treuen Freunde... Mehr verlange ich nicht... Und verstoßt nicht gegen das Gesetz, ja? Dreckige Piratentöten, ne? Scheiße... Da... Ne, da wo wir eben gerade waren, da ging es darum, die Fische zu sammeln von dem Leuchtturm Achso... Haben die Dinger eigentlich auch Haltbarkeit? Verlieren die Sachen hier Haltbarkeit? Hm... Keine Ahnung... Was hat der denn auf dem Kopf, ey? Was ist das denn hier? Siehst du den Typen da? Das ist ein Spieler... Was hat der? Hä? Ah, guck mal, jetzt gehen noch welche vor hier... Ach, den hab ich doch gerade gesehen, am Friedhof... Ja... Oh, ich stehe heute auf dem Kopf... Ja, das sieht schon echt ein bisschen kommen, dass wir denen helfen... Dann geht das einfach... Der stirbt ja gleich... Gut, den haben wir... Da sehe ich Fische, ja... Alter, was ist das jetzt? Wer pull die denn? Die kam doch gar nicht zu mir zuerst... Oh, ich bin tot... Fuck... Fuck... Oh... 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 Pfff... Ja... Dark... Dark... Warte, ich nehme mir meine Waffe zurück... Ich will dieses Ding nicht... Ich will dieses Ding nicht... Was ist das? Okay... Okay... Ich weiß nicht, ob die... Vielleicht sind die einfach zu schwer für uns... Ich habe keine Ahnung... Ja, weiß ich nicht... What the fuck... Guck dir das an... Guck mal, die kann man... Anklicken oder so... Also... Da ist zumindest so ein Anklick-Symbol, aber man kann nichts machen mit denen... Ah... Ah... Nun gut... Ähm... Was haben wir noch so... Wir gehen mal auf die andere Seite zum Hafen, ne... Ah... Ich schätze, wir müssten mindestens sieben oder acht sein beide, ne... Bevor das vielleicht irgendwie klappt, so... Ja... Warte mal... Was ist das? Ah... Das ist ein Dungeon... Wie kann man sich eigentlich für ein Dungeon anmelden, freut mich grad... Ja, was denn... Irgendwann müssen wir so ein Quatsch einmal machen... Was suchen wir hier? Ich guck grad, wie man so einen Dungeon-Scheiß macht hier... Guck doch mal mit... Guck doch mal mit... Guck doch mal mit... Ach... Na egal... Guck mal später... Ich hänge... Wie du hängst... Premium Teleports... Zugangspäße... Gesperrte Dengeance... Was ist das? Ich bin echt... Wie du da stehst... Komm... Was... Komm... 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 Ja... Kann auch sein, dass man in die Dungeons einfach reinlaufen kann... So wie wir vorhin, ne... Weiß ich nicht... Hm... Keiner... Ach, wirst du hier einen Hackeball finden... Oh, hier gucken wir mal... Können wir eben schnell machen... Hat der mir das geklaut, dieser Ficker? Was weiter? So einen Hackeball, den sie ansammeln musste... Na, mein Wort ist weg... Guck mal, hier ist ein Schiff... Können wir einfach aufgehen... Ich habe jetzt gerade Zeit... Ich muss machen, was der Käpt'n gesagt hat... Irgendwie... Kann man da irgendwie runter oder so? Ja... Naja... Irgendwie kann man nur hier rauf gehen... Nichts weiter... Leinen los! Naja... Gut... Was ist das denn hier? Steht ein Sukubi... Oder ist er weg? Da komm ich schon wieder... Da komm ich schon wieder... Hm... Dir hat gar kein BH an... Warte lass mich mal eben ranzoomen... Warum haut ihr denn ab hier? Hau die denn ab hier? Ja... Kommt her... Aha... Ah ja... Also los geht's... Hier ist ein Schwarzhändler. Schmuggler. Ich muss Tortage verlassen. Man kann hier raus, irgendwie. Ok, ich mache erst mal Wiedersehen hier. Irgendwer steht hier vor mir. Guck mal, der verkauft Lebensmittel. Das ist hier, ist Bufffood. Hat der Typ. Echt? Mhm. Aalkuchen für eine Stunde plus 28 Ausdauer und Regeneration Händlerpreis ein Zins, ach ja, ist wir kochen Backen, ach so, oh, wir können ja nur, gekochte Süßkartoffeln plus 17 Gesundheit und hier ist Ausdauer und Regeneration, Kuhmilch Ranziger Schleiernetztank, das klingt ja super Ratte im Schlafrock, siehste Ganz freien Sachen hier, rohe Rüben Halt, ja die hat mir ja vorhin auch schon, weil die angelockt hab, diese Lappen Was wär denn besser, ich glaub Gesundheit, ich nehm erstmal Gesundheit Ich kauf mal ein paar rohe Rüben hier Kaufen 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 S Kaufen Kaufen Wie geht der zu mir So, einfache Tränke gibt's ja auch noch hier. Aha, so, wie Halttränke sind das. Was sind das hier eigentlich? Mhm. Die sind aber teurer, ne? Secret. Naja, ich kaufe trotzdem mal zwei. Drei. Schnaufi. Was ist das? Was hab ich das gegessen? So, ja, jetzt hab ich so'n Hähnchen da in der Mitte oben. So, weil sind das hier? Hellsandinsel, ja, da sollte man doch eh hin. Irgendwas sollten wir doch machen, ne? Schnaufi bist du. Müsste, ich hab dich verloren. Da, ach so, da, der blaue Pfeil. Mhm. So, ähm. Man kann das Schiff benutzen. Äh, dieses Bötchen hier. Wollt ihr nach Hälsand reisen? Normal. Ich mach das mal. Irgendwas sollten wir da machen. Hm. Da war doch irgendwas noch mit so Piraten oder so. Ich glaub, das war doch dort. Das könnte sein. Hm. Ja, da ist ein X. Dreckige Piraten. Ja, und blaue Steine sammeln hier. Das X ist hinter uns. Hinter uns ist ein X. Ach so, weil das ist nur auf der anderen Seite. Naja, okay. Deswegen. Das ist nicht hier. Hier läuft auch schon einer rum. Hier sieht's so richtig chillig aus, ne? Hm. Was ist noch zu da hinten? Ja, ich weiß nicht, was wir hier sollen. Also ich hab hier ne Quest, dass ich blaue Steine sammeln soll. Nein, die dir ja hier angezeigt. Ja, hier in dem Gebiet so. Ich hab ne Flasche gefunden. Jetzt wisst du, und die darfst du sogar behalten. Was ist da? Ah, die haben diese Steine. Die sind Säckchen. Da ist nur so einer. Das ist so ein Krokodil. Da gibt's bestimmt Fleisch oder so. Hat der nix zum Looten? Hier sieht das Wasser besser aus, als auf der anderen Seite da. Hm. Wollen wir die Krokodil auch mal wegballern? Hm. Nix zum Looten. Da ist ein... ...ein Panther. Hier ist noch ein Pfeil jetzt. In irgendeine Richtung seh ich da. Was ist das? Dreckige Pirate-Töten. Ja, das ist ja. Ach so, das ist das X da hinten. Ja, ja. Wollen wir einfach ablaufen hier alles. Gucken, dass man einen Piraten findet. Da hinten stehen irgendwelche Typen. Ah, hier. Hier sind welche. Panther-Pieke. Jäger. Guck mal, die Drecksau. Eieieiei, wer hat hier gepult? Ich. Guck mal, die Drecksau. Doch. Hör. So, das ist der Kriegzoll auch noch. Alter, wie die sich weggerammt hat, hier. Der zieht sich auch ein bisschen neben dem sterben, hm? Ja komm hier müssen wir auch noch rüber jetzt, trink mal so, so'n, 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 hast du so'n Trank genommen? Geh kaputt, Junge! Okay, wir regenerieren ja relativ schnell jetzt. Fertig. Du bist fertig. Steine. Ne, ich brauch noch einen, also sind wir nicht fertig. Na komm, den holen wir noch weg und dann geht das. Hm? Hmhm. Ehm, ich werde das mal nicht jetzt sagen. Oh. Okay. Oh fuck. Ich hab nicht drauf geachtet. Scheiße. Mann, so'n Fick ey. Wie komm, der ist auch da. Kommisch, ne, diese Katze ist echt stark! Und ich bin auch gleich tot. Die sind ja schon lauter Jäger und alles. Es ist mal was vorher. Hier vorne sind auch welche, einfach die umballern und dann komm ich eigentlich. Bist du am Kämpfen? Ja. Das bist du. Jetzt hab ich auch die Steinchen alle. Das ist ne Quest oder? Einfache Lebensmittel und Getränke, ja irgendwo hier. Cedric? Nein das ist keine Quest, das ist einfach nur der Händler hier. Achso. Ah ok. Ich glaub mehr haben wir auch gar nicht hier ne? Ne ich glaub auch nicht. Wir müssen mal zurück. Ja. Gut. Und die Musik ist sehr schön. Ja die so ruhig ne? Mhm. Das kenn ich von irgendwo her. Ja. 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 Guck mal hier kann man auch rein in das Ding oder? Ja. 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 Apropos. Ja. 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 Ja, hier haben wir es endlich. die ist fertig was ist denn das hier jetzt habe ich noch die leuchtturm und fleischfresser töten und was für ihn ohne zum leuchtturm oder nicht dreckige piraten ja wo ist denn der schiele dreckige piraten ist irgendwo hier kann es sein dass es die da oben sind die sind dreckig ja wird es sind die nicht wird mir keine sieben Christen die sieben bekommen getrunken die Sonnenblut ist folgen und die sind abkwärtig habe ich auch gebraucht ich bin Da bist du. Ach da bist du. Oh da. Scheiße wo bist du? Hoch. Hoch. Zurück. Da? Hoch hier. Da? Hier ist ein dreckiger Pirat. Einfach so. Wir kommen da jetzt hier. Mach ihn weg. Schnell 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 schnell. Ich verricke. Ich warte hier auf dich ne? Mhm. Hm? Lauf Admiral Strom wünscht seinen Untertanen einen gesichteten neuen Tag im Scharlach-Roten-Kontage. Wo muss man da kack jetzt hin? Wo muss man da kack jetzt hin? Was? 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 Warst du gestorben? Nein. Ich bin da. Okay. Hast du gestorben? Warst du gestorben? Ja. Nein. Da ist noch ein dreckiger Pirat. Ja jetzt gehst du mal vor. So. Hier um die Ecke ist auch noch einer. Ja. Waren nur drei die wir brauchten, oder? Mhm. Was? Kannst du die Waffe wechseln? Ja. Jetzt weiß ich auch warum man so eine Schnellwahl hat. Warum? Ja. Um zwischen den Waffen zu wechseln, damit man halt jemanden holen kann. Zum Beispiel. Mit dem äh. Dingens da. Da ist auf einer Seite so ein Teil. So eine in der Leiste Waffe wechseln. Ja ich weiß. Okay da kommt schon. Komm wieder. Komm. Komm weiter. 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 Wer können die denn? Ja fuck you alter. Och leck mich doch im Arsch man. Geh mal weg da. Also geh mal äh da diese diese diesen weg runter. Diese diese Planke. Ich frag mich eigentlich wozu hat man so einen Heiltrank ja? Mhm. Wenn der offensichtlich ja irgendwie gar nichts heilt oder nur irgendwie zwei HP. Das war so ein Scheiß ey. Ähm. 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 Können wir nämlich hier auch schon mal Quest abgeben. Ähm. Ähm. Oh die sind umgeholt. Oh die sind umgeholt. Oh die sind umgeholt. Ähm. Da ist einer. Ähm. 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 Die sind umgeholt. Die wirkliche Werkzeuge sind äußerst nützlich. Ich hatte hier keine Quest. Hier ist eure Belohnung. Lebt wohl. Beil. Doch. Das war die mit Nudelholz. Beil. Und also einen anderen Tüdel. Wahrscheinlich hast du die anderen Sachen neu hier eingesammelt. So. Was war jetzt noch? Weil das kann man noch nicht alle Quest hier. Hm. Ach hier ist noch einer. Weg mit dir Bauer. Die Steine. Dann hattest du also den Mumm da raus zu gehen und die Pläne mit Gewickten zu kreuz. Sie werden mir viele Stunden bei den schmuckverliebten Huhn. Du musst nicht gleich frech werden. Es sei denn du willst dass ich dir mein Schwert in den Arsch schiebe. Ich werde dir noch einen letzten Draht geben. Leg dich nicht mit der roten Hand an. Niemals. Donutsbeweis. Eigentlich Tages werde ich dich umbringen. Verlass dich drauf. Wenn der Tag je kommen sollte an dem wir die Klingen kratzen. Rustige Heugabe. Kannst du das gern versuchen. Und jetzt kriech zurück in deine Taverne und zu der Schlampe für die du die Drecksarbeit machst. Sagt Tina, wenn sie nicht damit aufhört, dann nehmen wir das nächste Mal nicht das Bier. Dann nehmen wir sie. Tja. Und jetzt verschwinde. Mhm. Einen halbleeren Humpen Bier habe ich bekommen. Ist ja vom allerfeinsten. So, da ist auch noch eine Quest abzugeben. Seine Feinde sind tot. Gezeichnet. Und wie versprochen. Willkommen zu uns. Ok. Steppenwache kann ich nicht tragen. Eine Hacke. Oh, die Hacke hat aber mehr. Äh. Schild kann ich auch nicht tragen. Dann nehme ich doch die Hacke. Lebst los. So. Anlegen nicht. Schmutterding. Wo ist denn die Hacke? Hier. Hier. Jetzt habe ich Hacke und noch als sekundär habe ich jetzt hier diesen ollen, die Armbruster. Hm. Also jetzt wird mir Questziel angezeigt. Mit so'n gestreiften Dings oder da. Schlangengift sammeln. Skorpiongift sammeln. Ja, da müssen wir auch noch. Und ich habe noch irgendwas anderes hier. Achso. Alyssa den Bierhumpen geben. Der alten Schrabbel da. Was hier? Ja. Ach guck mal hier gibt es auch eine Quest. vom Otho. Sei gegrüßt. Oh, dem fehlten Arm. Mhm. Ich kann nun wohl sagen. Hast du die Ruinen in der Wildnis gesehen? Das sind die letzten Reste eines Versuchens. Ich werde die Dämon töten. Alles klar. Tina. Ey, hat die dicke Glocken. Äh, okay. Äh, wo gebe ich jetzt ab? Ach hier. Hallo. Hat mir einfach ein Bier gegeben. Ich hasse diesen Sohn einer. Ein Fass? Sie haben fünf Fässer gestohlen, als sie zuletzt hier waren. Ein Pumpen. Dieser Mistkerl. Na, gib schon her. Ich stehe zu meinem Wort. Ich bezahle dich. Ey, Gürtel. Außerdem siehst du durstig aus. Aber sag mir, was war seine Entschuldigung? Warte mal, was nehme ich denn jetzt? Scheiße. Ich glaube, ich nehme die Handgelenksschütze, äh, Schutz, äh, ich habe gar keiner. Ich auch. Obwohl, aber da ist Weisheit drauf. Ich weiß nicht mehr, wo... brauchen wir Weisheit? Das verstehe ich nicht mal. Nee, dann nehme ich lieber Gesundheit und Ausdauer. Die Pantoffeln hier. Seine Zeit wird kommen. Pass nur auf dich auf, da draußen. Pass gut auf dich auf. So. Jetzt habe ich schon wieder eine Kürze. Ich muss mal eben schnell den Krempel hier anlegen. Wann habe ich genommen? Irgendwelche Stelzen hier? Wo sind denn die Dinger? Ey! Leute. Sebeerstiefel. Ja, wo sind die anderen Stiefel? Sag mal. Hm? Ich finde diese Stiefel hier nicht, ne? Ach da. Da sieht er... Das sind... Ach! Das sind... Was sind das? Sandaletten, oder was? Scheiße, das sind tatsächlich Sandaletten. Ja. Die sind so auf Kokain, ey. Da sind die Säberstiefel, aber besser aus. Vor allem, wie das aussieht mit so einer Nickerbocker Hose hier und diesen Sandaletten hier. Tja, das ist ja nicht normal. Willkommen im durstigen Köter. So, wie steht es um deine Vorderette? Frag mich was anderes. Lebensmittel? Tja, ich schon. Und wieder Hellsand. Ah, ok. Guli! Chillen wir mal kurz hier, ne? Mhm.